Mutter, Mutter, Mutter! Wie, noch schlägt dieses Herz, noch nicht vernichtet, zu neuen Qualen erwacht. Oh, das ist hart, sehr hart, mir bitter ist der Tod. Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt, warum nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh da, hier ist ja das schöne Mädchen noch. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Wer bist du? Ein Abgesandter, der sterbenflammenden Königin. Was? Meiner Mutter? Dein Name? Papageno. Papageno? Papageno. Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Ich bin es. Das will ich gleich mal sehen. Die Augen schwarz, Augen schwarz, richtig. Braune Haare, braune Haare, richtig. Die Lippen rot, Lippen rot. Alles trifft ein bis auf Hände und Füße. Nach dem Bildnis dürftest du nämlich weder Hände noch Füße haben. Wie kam es in deine Hände? Das war so. Als ich heute früh meine Vögel abgeben wollte, sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Liebe? Er liebt mich also. So haben wir keine Minute zu versäumen. Um die Mittagszeit kommt Serastro gewöhnlich von der Jagd zurück. Serastro ist nicht zu Hause. Dann komm, schönes Fräulein, du wirst Augen machen, wie du den Jüngling siehst. Aber wenn dies ein Fallstrick wäre, wenn dieser nun ein böser Geist von Serastros Gefolge wäre. Ich, ich, ein böser Geist. Ich bin der beste Geist von der Welt. Freund, vergib, vergib, wenn ich dich beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz. Wenn ich habe, ich habe ein gefühlvolles Herz, aber was nützt mir das? Ich möchte mir auch alle Federn ausrufen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Du hast also noch kein Weib? Kein Weib? Nicht einmal ein Mädchen! Und uns einer hat doch auch bisweilen seine lustigen Stunden, wo man gern so gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du es vermutest.